Diesen wilden Kopf habe ich in Spanien auf der Shisha-Messe in die Hand gedrückt bekommen. Ist ein Meerloch und in der Mitte hat er nochmal eine extra Vertiefung. Ob das Ganze was kann und ob der taugt, das gucken wir uns an. Wir testen den Bengala-Kopf, den ich von der Shisha-Messe in Sevilla mitgenommen habe. Und das Loch soll wohl dafür gut sein, dass überschüssige Molasse, die sonst durch die Löcher runterlaufen würde, sich da sammelt und sozusagen ein Mini-Molasse-Fänger sein soll. Ob das Ganze was bringt und wie viel Molasse dann im Nachhinein da drin ist, wir gucken es uns an. Aber erstmal bauen wir einen Kopf und rauchen den Kopf und gucken, was die Performance so sagt. Kopfball-Time. Gucken wir erstmal, was das Köpfchen wiegt, aber er ist auf jeden Fall schön massiv. Da kann man sich nicht beschweren. Gucken wir mal. Das sind 291,4 Gramm. Und jetzt stellt sich uns natürlich direkt die erste Frage. Bauen wir den wie ein Funnel und lassen in der Mitte gezielt Tabak aus? Weil wenn wir da Tabak reinmachen, dann ist das ja sinnfrei, oder? Also der wäre ja einfach verschwendet. Also würde ich fast sagen, man baut den so ein bisschen Funnel-like, oder? Bauen wir den einfach fluffig full. Ich glaube, wir probieren den einfach erstmal fluffig full zu bauen. So, ich habe auf jeden Fall Lust auf einen Schuppa-Grupper. Wie man sieht, habe ich oft Lust auf einen Schuppa-Grupper. Also ich mache da jetzt einfach locker fluffig überall Tabak rein. Wir machen uns einen schönen Schuppa-Grupper und Pinkman-Mix. So, wir haben 12 Gramm Schuppa-Grupper und dann machen wir noch ein paar Gramm von dem Pinkman mit dran. Tabakverbrauch scheint bis jetzt recht klar zu gehen. So, und dann würde ich sagen, rühren wir jetzt auch nicht um, damit wir Tabak nicht unbedingt noch unten in dieses Loch reindrücken. Wir verteilen den nur ein kleines bisschen. Und dann bin ich mal gespannt, ob da irgendwas an Molasse aufgehalten wird. So, knapp unter den Rand gebaut, locker fluffig und voll gemacht. So, wir sind gespannt. Ich muss aber, glaube ich, noch schnell die Pfeife wechseln, weil bei der VZ ist ja ein Molassefänger eingebaut. Das heißt, da würden wir gar nicht sehen, ob der jetzt Molasse fängt. So sieht das gar nicht... Oh nein! Oh, das ist arschknapp. Aber es könnte gerade so noch klappen. Also die Löcher sind so halb über dem Depot. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber also... Ich glaube, das ist auch wieder Classic Spanien macht für Alufolie. Na gut, ich teste es jetzt einmal mit HMD und dann werden wir es ja sehen, ob es geht oder nicht. Aber das ist arschknapp für ein HMD. Ich hoffe, der zieht die Luft gerade noch nach innen. Naja, wir probieren es mal aus. Maybe ist der auch für Alufolie gemacht. Ich werde es jetzt trotzdem einmal erstmal mit einem HMD testen. Wenn es nicht klappt, probieren wir es halt nochmal mit Alufolie. Gut, Versuch Nummer 1. Let's go! Ich habe jetzt extra nochmal die Future geholt und die auf eine schöne Clearball gesetzt, damit wir auch gut sehen können, ob da was an Molasse durchkommt oder nicht. So, die Kohlen liegen jetzt seit ein paar Minuten und ich dachte ja erst, der wäre viel zu groß. Aber bei den ersten Zügen, wir kriegen schon Rauch und wir haben auch schon guten Geschmack. Also es scheint zumindest schon mal zu funktionieren. Wie gut hat da noch funktioniert und wie gut vor allem der Molassefänger hält, werden wir sehen. Ich sehe schon die ersten kleinen Tabakbrocken unten in der Base rumschwimmen. Also wir schauen mal. So, wir haben jetzt ungefähr eine Viertelstunde angeraucht. Ich zeige euch mal kurz die Rauchentwicklung. Und vom Rauchen her wird sich stetig, aber sehr schön gesteigert. Also es war sehr angenehm zu rauchen die ganze Zeit. Irgendwann habe ich gemerkt, so jetzt ist langsam ein bisschen viel Hitze und habe mal die dritte Kohle runtergenommen. Und das ist jetzt so. Also ich denke, wir rauchen den jetzt so ungefähr 15 bis 20 Minuten overall. Und ich zeige euch einfach mal noch die Rauchentwicklung. Die ist wunderbar. Geschmack kommt auch sehr, sehr gut rüber. Ich habe keinen Drücken, ich habe keinen Kratzen. Der Kopf lässt sich sehr angenehm rauchen. Bei der Rauchentwicklung, Geschmacksentwicklung kann man sich absolut zero beschweren, würde ich sagen. Wunderbar. Bowlcheck, Freunde. Wie viel Zeug haben wir in der Bowl hängen nach ein bisschen Rauchen? Und ihr seht, da schwimmt auf jeden Fall einiges an Tabak drin rum, aber relativ wenig Molasse tatsächlich. Also das scheint fast besser zu funktionieren, als ich dachte. Nicht was Tabakfangen angeht, aber zumindest Molasse hat sich bis jetzt das Wasser nicht krass verfärbt. Schauen wir mal, wie das nach einem ganzen Kopf ist. So, wir haben jetzt eben im Stream, übrigens schauen Sie gerne mal im Stream vorbei, Dienstag, Donnerstag, Sonntag ab 19 Uhr auf YouTube und Twitch. Haben wir noch ein bisschen gequatscht, also sind jetzt nochmal so 20 Minuten umgegangen und Rauchentwicklung lässt langsam nach. Also ich denke, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich nochmal Kohle nachlegen muss, wollte euch aber erst nochmal zeigen, wie die Rauchentwicklung ist, bevor ich Kohle nachlege. Und da sehen wir, die ist immer noch solide, aber ist auf jeden Fall ein bisschen weniger geworden, als die eben war. Also gehen wir einfach an den Kopf, aschen einmal ab, drehen die Kohlen und packen noch eine dritte oben auf Kipp wieder mit dazu, damit das dann wieder bombastisch läuft. Einmal raus, einmal abaschen, einmal drehen, dann wieder rein und dann noch eine oben auf Kipp wieder mit dazu. Dann ein paar Minuten wieder rauchen und dann sollte sich die Hitze wieder fangen. Okay, und nach dem Kopf gibt es noch Fazit, wie die Bowl dann aussieht. Okay, Freunde, Köpfchen ist durch. Rauchentwicklung sieht mittlerweile so aus. Ich habe irgendwann auch noch die vierte Kohle nachgeschmissen und habe den jetzt eine ganze Zeit lang geraucht. Rauch sieht so aus nach einem ganzen Köpfchen. Das wäre der Punkt, wo ich den Schlauch weghänge und sagen würde, das war es mit dem Köpfchen. So, gucken wir uns mal die Bowl an. Und da sehen wir definitiv ein paar Tabakflocken, die durchgefallen sind. Aber es sieht, würde ich sagen, nicht ganz so schlimm aus, wie das nach einem Köpfchen Must-Have und Blackburn so wäre. Es wirkt so ein bisschen wie der neue Molassefänger, der an so einer Simulation-Pfeife dran ist. Wir machen jetzt gleich die Pfeife sauber und dann filme ich euch nochmal mit dem Handy in der Küche ab, wie das Ganze aussieht und ob wir da wirklich in der Mitte so ein Molasse-See finden. So, das Köpfchen ist ja durch. Und wir versuchen, das jetzt mal hier den Tabak rauszunehmen und gucken mal. Also da ist feuchter Tabak, aber Molasse sehe ich da jetzt nicht wirklich. Also vielleicht hätte der Kopf auch einfach nicht so krass gesifft. Also da ist leicht feucht, aber so richtig viel Molasse ist da jetzt auf jeden Fall nicht drin. Ich hatte irgendwie erwartet, dass da so ein dicker See ist. Also das scheint nicht passiert zu sein. Aber gut, ein bisschen weniger gesifft hat das Köpfchen auf jeden Fall als normal. Also semi-erfolgreich, I guess. Hm. Ich hatte wirklich gedacht, wir finden da jetzt so einen kleinen Molasse-See. Allein von dem, wie die Bowle aussieht, würde ich sagen, ja, ist slightly besser als mit anderen Köpfen. Aber ein bisschen Tabak fällt halt trotzdem immer noch durch, ne. Aber, also ich glaube, er bringt ein bisschen was. Gar nicht so scheiße, wie ich gedacht hätte. Überraschenderweise. Aber, also... Also... Also...